Musik MADAC Heißprägesysteme verschönern und veredeln ihre Produkte, die dank Folienheißprägen eine Markenidentität erhalten. Schwerpunkte sind dabei Tuben, Kosmetik, Verschlüsse, Glas, Kunststoff und Lebensmittel. MADAC legt Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die das Umfeld für wirtschaftliche Innovationen fördert. MADAC erarbeitet maßgeschneiderte Kundenlösungen im Team. Die bestehende Auswahl führender Heißprägesysteme kann nach Kundenbedürfnis um- und ausgebaut werden. Vollautomatische MADAC-Systeme verschönern Kosmetikartikel, Tuben, Long Caps sowie Automobilteile und Container. Es können zwei Flächen gleichzeitig beschriftet oder dekoriert werden. Durch Kompetenz und Erfahrung werden ihre Visionen Realität. Über 1000 zufriedene Kunden weltweit haben MADAC Heißprägesysteme gewählt. MADAC-Systeme MADAC-Systeme